Herzlichen Glückwunsch! Der Tango Mania Argentino Landshut e.V. hat am Samstag im Feuerwehrhaus sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Der große Saal war gut besucht, etwa 100 Gäste waren anwesend. Für das Tango-Feeling sorgte das Profi-Ensemble Quarteto Rotterdam. Tango Mania veranstaltet im Landshuter Netzwerk jeden Donnerstag in der Woche einen Übungsabend. Die sogenannte Praktika wird von Tanzlehrerin Birgit Pleier geleitet. Weitere Informationen unter www.tangoinlandshut.de